Stiftung Islam in Deutschland Ja, Weihrauch ist etwas Schönes. Imam Malik pflegte seine Sitzung immer mit Weihrauch zu eröffnen. Das sage ich immer den Geschwistern hier in Berlin. Lass uns bitte immer unsere Gottesdienste mit Weihrauch beginnen. Bis jetzt schaffen die Geschwister bei der Organisation es noch nicht. Ich hoffe, sie hören mich ja auch, die Geschwister von Berlin, dass wir mal Weihrauch immer in unseren Gottesdiensten mit schönen Ud oder irgendetwas, dass der Gemeinderaum schön riecht. Weil die Engel die schönen Geruche mögen. Deswegen ist das kein Problem, auch Räucherstäbchen.